Der hat gelitten. Der ebenfalls. Oh, mir fällt gerade auf, unsere Muni wird etwas knapp. Damit treffen wir auch nichts. Und deshalb... Die gute alte Jagdflinte. Unser treuer Gefährte von Anfang an. Machen wir mal einen kleinen Trick und packen jetzt die Kampflinte raus und gucken wir ihm in die Fresse und sagen Hallo und Tschüss. Und Bähm. Och Mensch. Geht doch nicht. Minigun ist mehr wert als Raketenwerfer. Jetzt kann ich diese scheiß Raiderrüstung nicht einfach noch ein bisschen mehr verbessern. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin. Wobei ich nicht so überzeugt davon bin. Lassen wir einfach mal den Raketenwerfer hier. Ich hoffe, der hat da hinten... Ja, der hat da hinten eigentlich noch nicht gesehen, was ich ganz gut finde. Wir können hier später noch zurück. Und machen es dann. Auf jeden Fall... Oh, da ist noch... Ja. Hat er uns auch nicht gesehen, zum Glück. Und... Das hier ist echt eine riesige Bastion der Supermutanten. Okay, bin ich... Ne, ich muss doch noch ein Stück weit. Ich habe nicht hier gewohnt, weil mein Marker dort ist. Oh, da vorne... Links... Hat er uns gesehen? Nein. Oh! Scheiße! Hier kann man sich nicht hinlegen. Ich habe auf das Auto geschossen, verdammte Scheiße. So. Jetzt machen wir mal was ganz Lustiges. Jetzt holen wir nämlich unsere Minigun raus. Und wenn ihr jetzt halt so weit außen... Dann macht's BAM! Schießen wir mal kurz an. Und wenn man siehe, man staune... Die Minigun ist ja vorrangig in den Kniekern. Man braucht das Nachladen etwas lange. Ja! Ja! Logisch! Autsch! Ich bin fast tot. Upsala, ich habe jetzt Buff-Odd gegessen. Nein! Das wollte ich doch nicht. Boom! 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 Wow! Endlich! Ich habe Level-Up. Reparieren erstmal hoch. Dazu... Medizin hoch. Dietrich hoch. Und große Waffen hoch, weil ich habe jetzt vorher etwas mehr mit der Minigun zu zocken. Jetzt haben wir wieder... Was für einen Extra nehmen wir? Nehmen wir doch mal... Nehmen wir doch mal Nerd-Boot. Dann kann ich ab und zu auch mal mit... Dingen spielen mit sehr wenig Leben. Da ich dann viel weniger Schaden bekomme. Und... Ja. Jetzt, da wir Reparieren hoch haben, können wir sehr viel noch reparieren. Das war jetzt ein immenser Vorteil. Ich glaube, ich lag noch in Suche Muton, aber das ist mir jetzt ziemlich Wayne. Ah, ich mag das Wort Wayne. Das Nationalarchiv. Wir sind angekommen. Und... Es ist ziemlich mies da drin. Vor allem, weil hier alles voller Suchen Muton ist. Ranger Notfallfrequenz erfasst. Das können wir im nächsten Teil machen. Mit der Ranger-Quest. Aber jetzt heißt es hier erstmal... sich schön durchschlachten. Ach, hier können wir Preis-Ausgabe-Terminal. Jetzt machen wir das Rate-Gewinn-Spiel. Dum 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 dum. Da können wir nämlich Man-Teds gewinnen. Bären-Man-Teds. Frage 1. Welcher Körperschaft hat er... Okay. Da habe ich jetzt gerade nicht so Ahnung. Vor allem nicht von der... Ah, okay. Frage 2. Wie viele nordamerikanische... Das ist doch wohl ein Witz jetzt. Naja, ich cut das jetzt auch nochmal raus. So, damit haben wir alle Fragen richtig. Und... Ach ja, ich brauche erst die Coupons, die ich einlösen kann. Für diese Bären-Man-Teds. Die kann man hier überall finden. So. Autsch. Kein Raketenwerfer. Boah, ich habe jetzt EP von einem einzigen gekriegt. Ja, das geht's.